Hallo ihr Lieben, hier ist die Simone und heute möchte ich euch einladen zu meinem Access Foundation Kurs in Dresden, der am 23. bis 26. Juni stattfindet. Was ist dieses Access Foundation eigentlich? Was macht man da? Wofür soll es gut sein? Also zum einen, für mich hat sich meine ganze Welt verändert, seit ich meinen ersten Foundation gemacht habe. Ich meine, viele haben meine Entwicklung auf YouTube mitverfolgt. Es ist so viel möglich, wenn wir ein neues wählen. Und beim Foundation lernt ihr eben all die Werkzeuge kennen, wie man immer mehr in die Frage kommt, was es mit dem Clearing auf sich hat. Und wir werden ganz viele Clearings machen, um eben all die alten Dinge rauszuwerfen, die nicht mehr so gut funktionieren. Was ich halt auch so wahrnehme, es gibt ganz viele Menschen, die leben in so großer Angst. Oder verstecken sich. Und ich meine, es ist kein Wunder. Bei der Geschichte, und ich glaube, das ist noch ganz viel in den Zellen, und ich frage mich, hey, was ist möglich, wenn es immer mehr Menschen gibt, die den Mut haben, sich zu zeigen. Und sich zeigen und damit andere inspirieren. Hey, ich muss nix glauben, was von außen mir so präsentiert wird. Ich habe eine neue Wahl, ich kann meine eigene Welt kreieren. Das klingt voll komisch, ich weiß. Und trotzdem funktioniert es so. So, ich freue mich auf euch. Und ja, vielleicht sehen wir uns am 23. zum AXIS Foundation. Bis dann, ihr Lieben. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.